Hallo, hier ist Patrick von Boxbike. Ich zeige dir heute dein bei uns gekauftes Tyrell Eve und zeige dir einen einzelnen Falschritt. Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war jetzt dein Tyrell Eve. Wie es gefaltet wird, gönn dir ruhig ein wenig Geduld und Zeit, um jeden einzelnen der vier Falschritte kennenzulernen. Und ja, jetzt viel Freude beim Falten und Ausprobieren und natürlich auch beim Fahren. Ciao! So, So, So,